Prinzipiell muss man sagen, laden über eine Wallbox ist immer für uns ECO-Techniker von Vorteil. Dort geht es wirklich um die Sicherheit. Eine handelsübliche Steckdose, die man in der Garage hat, ist nicht dafür gemacht, dass man 10 oder 20 Stunden damit volle Leistung lädt. Also wenn man wirklich laden möchte, sollte man sich eine Wallbox installieren und es gibt unterschiedliche Leistungen, aber im Heimgebrauch werden meistens 11 kW Leistung installiert. Für uns natürlich am allerbesten ist, wenn Sie auf die Homepage oder auf die Plattform weiterdenker.at gehen, da kann man direkt die Wallbox um 749 Euro bestellen und man bekommt sie über die DPD nach Hause geliefert. Falls man kein Eigenheim hat, ist es am allerbesten, sich mit dem Besitzer oder mit der Geopolder-Verwaltung verbinden zu setzen. Es gibt meistens immer eine Möglichkeit, zumindest eine 3,7 kW Steckdose oder Lademöglichkeit sollte auf jeden Fall möglich sein.